Uns war es schon immer das Wichtigste, auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen, unsere Märkte weiterzuentwickeln und so ein ganz besonderes Einkaufserlebnis zu schaffen. Und dieses Mal haben wir in die Zukunft gesehen und etwas ganz Besonderes für Sie kreiert. Globus VR, der virtuelle Globus Markt. Ein echtes Einkaufserlebnis, bei welchem auf nichts verzichtet wird. Auch nicht auf die Vorteile von mein Globus, denn diese haben wir einfach integriert. Mit Globus VR kann jeder direkt vom Wohnzimmer aus seine liebsten Produkte direkt nach Hause bestellen. Die größte Herausforderung, das Einkaufserlebnis realistisch abzubilden, war in der Erkennung von den Bewegungen und Abläufen und das Ganze in die virtuelle Welt zu mappen. Die Algorithmen wurden komplett neu überarbeitet, um die entsprechenden Bewegungen dem reellen Einkaufserleben nachzuentwickeln. Sogar an das wichtigste Erlebnis beim Einkaufen haben wir gedacht, das an der Kasse stehen. Aber keine Sorge, Sie kennen uns ja, bei uns geht immer alles ganz schnell. Sobald der Einkauf abgeschlossen und bezahlt ist, geht automatisch eine Nachricht an unsere Fahrdienste. Diese holen Ihren Einkauf und bringen ihn sofort zu Ihnen nach Hause, mit unseren elektrisch betriebenen Fahrzeugen. Das ist schnell, umweltfreundlich und schont den Geldbeutel. Das Schönste für uns ist es, ein völlig neues, innovatives Einkaufserlebnis geschaffen zu haben, das den Einkauf individuell und digital macht. Ich bin mir sicher, das ist die Zukunft. Oh, wie schön! Bip, bip! Aufzug kaputt! Hilfe! 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 Hilfe!